Boah, meine Woche wird anstrengend. Ich bin so froh, dass morgen frei ist. Morgen ist frei? Ja. Achso. Ja, nicht in Hessen vielleicht. Weiß es nicht. Weißt du, dass heute... Wir haben heute... Wir haben morgen frei. Kassler... Kassler Freiheit oder so ist? Da sind eigentlich alle Geschäfte offen. Kassler Freiheit. Das ist ein geiles Event. Muss ich mir merken. Gibt's auch die Kölner Freiheit. Nee, in Köln gibt's nur den Tag des Schachs, Kassler. Kann ich nicht drüber lachen. Du kannst ja auch mit deiner Cousine... Nee, mit deiner Nichte... What the fuck is happening? Was ist denn da jetzt los? Was ist das? No way! Als ob wir dann alle beim Seltenrott landen. Hä? Ich glaub das stört's... Achso, das ist... Damit die Lore richtig ist. Was ist da? Ist das schlecht gemacht? Chris, ich würd sagen, wir sehen uns dann später, ne? So ne richtig krasses Cinematic... Ach, seid ihr rausgesprungen? Wo seid ihr denn? Oh Mann, du... So ne richtiges Lidl-Game... Der Trailer einfach so richtig gut... Ja, ich seh aber auch keinen, der hier rumfliegt... Oh Mann... Ich hab's dir gepinget, Chris. Freunde, Pope ist der beste Tor, Mann. Ich geh jetzt erstmal hier in Pause ab, Hasen. Oh Mann... Wenn wir mit den Schwertern gegen die Schilder hauen. Das fand sie lustig. Dann hab ich mal ne Axt rausgeholt und sie tenhartet. Auf seiner Kuh... Auf seiner Nichte wird noch so ne richtige Nerdin. Ja... Ist gar nix los, oder? Kann das sein? Beim Onkel ist sie richtig gut aufgeholt. Kann sein, dass wir vielleicht nen falschen Modus ausgewählt haben... Okay, wieso? Sicher auch niemanden bei mir. Ich bin einfach alleine gerade. Ja, same. Dann kannst du auch mal ne Runde geben. Ja, hier ist übrigens zweier Helme, ne? Jede Menge noch... Fenster... Achso, lass es ne Tür... Lull... Noch einen Rucksack, unbedingt. Äh, Spieler! Boah, ich bin zu klein. Safe. Äh, ich seh den anderen Spieler, Lull. Hä? Das sind entweder Bots... Oder richtig schlechte Spieler, you know. Da sagen wir nix. Äh, ich glaub es sind wieder Viererteams. Äh, ja... Steps von mir. Hä? Steps von mir. Ja, bei mir ist auch einer. Ja, aber ich muss ja... Bei jedem hier. Mate. Mate. Geht. So, hier sind alle down. Ich kann jetzt zu dir kommen. Ja, das sind aber Bots, Carsten. Ne, ich hab den schon, alles gut. Ja, okay. Oh, zweier Rucksack. Ehre meinem Ass. Nein, ich weiß noch nicht, was ich nehme, deswegen... Ah, endlich nen Rucksack. Ich hab auch roten Punkte. Hier ist ein zweier Rucksack. Boah. Noch im Viererscope. Hast du einen zweier Rucksack, Carsten? Oh, ich hab schon einen. Danke. Fenster. Ich brauch nur noch einen Sniper, dann entscheide ich mich sogar, welche ich gehe. Hier sind richtig viele Motorräder, wir können also gleich zu Chris fahren. Oh, Mini! Da ja, was gesagt. Okay, rein da. Okay. Ich bin bestens ausgerüstet. Warte, das nehme ich noch mit. Im ersten Haus... Hier ist noch eine Mini, wenn du willst. Ja, nämlich. Im ersten Haus ist so... Ihr müsst ja gleich eh bei mir vorbei. Ja. Im ersten Haus ist eine... ein Medikit. Wie geht's? Weißt du? Dieses große meine ich. Sanitänztasche? Ja, genau. Ja, und? Ich weiß, ob du die haben willst. Ich hatte keinen Rucksack. Ich werd nochmal zurückgehen gleich. Ja, okay. Wir haben ja eh nen Dings. Also ich hab... Wir haben eh nen Motorrad, wenn du willst. Können wir da kurz gleich nach rein. Oh, Polizierweste. Nice. Also ich wär actually vorbereitet. Äh, Chris, was brauchst du von Muni? Ich würd hier ein bisschen 762 an Muni mitnehmen. Ich brauch 556er nur. Okay, dann schmeiß ich die weg. Actually auch. Bei mir haben noch Bahn übrigens jemand. Weggemacht? Weggemacht! Alter ist wieder ungewohnt, diese Steuerung, ey. Falls... Du willst den Autos? 565 Muni weg. Da schießt direkt einer vor dem Haus. Ich werd dann gleich mal zu Chris fahren. Ja. Wir müssen ja eh mal in ne Richtung kommen, ne? Naja, deswegen... Du kommst? Das Auto neben mir. Hier ist ein Auto. Achso, ich glaub das kann's aber nicht. Fahrbar. Das ist nicht Fahrbar. Äh, da vorne ist noch ein Auto, das ist Fahrbar. Das können wir noch holen. Ja, das ist ein Auto neben mir. Okay. Willst du wieder mit Explosionen wegfahren? Wo fahrt ihr hin? Von uns. Hallo? Warte, 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 warte. Ganz schnell, ganz schnell. Fahr, fahr, fahr. Lass mal versuchen, hier zu treffen. Okay, da wo ich markiert habe. Das war jetzt aber close. Äh, wo hast du denn markiert? Tag, ich fahr in die falsche Richtung. What? Wie ist das blaue Zone fest? Ich weiß nicht, was die macht. Das hatten wir mal nachgeguckt. Aber ich vergesse es immer wieder. Weil es nicht intuitiv ist. Intuitiv, ja. Genau, das hab ich auch praktisch gedacht. Intuitiv. Spiel doch! Ist down. Keine gute Muni. Ich hab die. Ich hab die. Ich hab sie einfach nur mal kaputt gemacht mit dem Draufschießen. Was sind die für Assis. Einfach so richtiges Drive-By-Shooting. Eigentlich wollte ich ihn ja umfahren, aber dann ist er nicht auf die Straße gelaufen. Bis, warte. Bis, bleib stehen. Ich hol dir einen. Scheiße, schieß doch gleich. Spiel wird geschossen. Hier ist einer bei mir. Okay, go. Auf 200, 200, auf 200. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich hab ihn. Ja. Aus der Hüfte enthauptet. Es muss aber irgendwo dann noch einer sein. Ja. Der war nicht instant dead. Vorne ist noch ein Auto, falls wir das nehmen wollen. Ja, er war nicht instant dead. Noch eins. Ja, okay, das ist neu. Ja. Ich hab hier einen 4er Scope, wenn ihr mal braucht. Ich hab einen 6er. Hab schon, danke. Hier ist nichts gelootet, das heißt, keine Ahnung. Mir steht ein cooleres Auto an. Hier ist eine K. Hier ist ein K. Hier ist ein K. Aaaaaasten. Hahaha. Aaaaasten. Fenster. Fenster. Führen. Fenster. Ein Fenster kriegst. Oh, das werden wir noch. Fenster. Oh, rechts wird ja geschossen. Oh, da ist ein 6er Scope? Yep. Fenster. Granate! Fenster! Ah, Granaten nimmst du mit, aber Rauchgranaten nicht Rauchst du nicht nehmen? Ja, okay. Ich gucke mal das Auto, ne? Das Auto? Wir müssen in die Zone Oh, ich sehe die Schüsse! Wir haben noch gute Scopes, wir können auf die schießen Ja, okay Komplett offen Loll, ich sehe die Schüsse auch Sagt, wer nicht schießen kann Ich hab ihn gesehen Ist er down? Ja, er ist genockt Schüss auf mich Wo sind die denn? Ach ne, das sind deine Schüsse Auf der anderen Seite Man kann sich mal treffen Danke Danke Ich glaube, der ist tot Jetzt ist er tot Jetzt rollt er den Berg runter Ja, ich hab noch einen gedockt Ach, da steht er aber noch Das ist eine Box Äh, rechts von uns 70 Noch einen gedockt 70 Hier Oh, siehst du Kommen wir weiter? Ne, in die Richtung Lass die doch Da war einer Ok, komm, lass mal ins Auto Achso, die müssen Wir müssen Komm Hi War es keine Brücke vor uns? Ja, ja, das war Erinnerst du dich hier? Wo die alle angelaufen sind? Irgendwie An die von der anderen Seite der Brücke Letzte Runde Und hier ist dieser Palace Ey, gris hier hat wie so ne Mörderrunde, ne? Die lade ich übrigens hoch Das ist die letzte Also das ist actually Wenn wir die Folge hier bringen Ist das die vorherige Und die ganze Zeit Hast du gesagt wie gut du bist Und alles Und am Ende voll verkackt An mein links rein Einen Kill Wir sterben jetzt alle gleich Erstmal ein Energy Drink Noch ein Kill Oh hier ist ein 6er Scope 6er Scope, Chris Ja, warte Wo? Hier ist so guter Loot, ne? Wollen wir mal das große Die große Hood In diesen Palace Ja Fühl dich irgendwie gerade Oh hier ist ne Pfanne Lass mal was kochen Können wir mal was kochen Hier ist ne Mini Falls es noch einer will Ne, ich hab ne Ding Jetzt hab ich auch einen Ja, ja Ja, ja Nimmst du noch Energy Drink Und Schmerzpill mit? Ah, ja Freundee Ah, krass Lol Ich hab dich nicht gesehen Ich hab nicht nach hinten geguckt Was machst du Carsten? Ich glaub dann ist man schneller Wenn man zusammen macht Nein Ne, glaub neun Sekunden Moment Ich muss mich jetzt erstmal heilen Ich wurde hier ja Ich kann so viel drin machen Kann ich das? Jaa Vor allem irgendwie war ich voll schnell Im Rückwärtsfahren Ne, kann man nicht Kann man nicht im Auto heilen Ja, warte jetzt Na egal Ne Geht nicht Rechts ist doch das Haus Achso, jemand ist auch Ja, ja Wir können auch zum Drop Der da gerade gedroppt wurde Kommt der noch? Ich heim hier Stopp! Ne, ich hab die Handbremse angezogen Dann kann ich mal gucken Ob hier irgendwo noch Gegner So kommen You know I know this Vielleicht müssen sie auch in die Zone Rollin, rollin, rollin Keep rollin, rollin Ist das nicht sogar von Videogame Dunkey Oh, da ist der Drop Oh, das ist wieder so ein Bummer Drop, Carsten Yo, lass mal hin Go, go, go Rein da Wir werden alle sterben Gehst du lassen, Chris Guck mal nach da hinten am Google Ja, ich sehs Das ist ein Big Drop Da ist so viel Babalu Der ist aber so weit weg Ja und? Ja, das ist genügt trotzdem Glaub mir Da ist genug für alle da, Chris Rein da Übrigens, ich hab nachgeschaut Einer kleinen Schwanz Was dieser Secret Key macht Macht der? Es gibt wohl so ein Haus Da Kannst du den verwenden Da ist wahrscheinlich Big Pepper Wo man gut drin Ja Sieht aus halt ja wie ein Trip Yard hier Was ist nochmal Trip Yard? Trip Yard ist die Stadt neben Tschernobyl Achso Du weißt jetzt noch wo der Drop war? Ja, ja Ja, direkt hin Da werden so Menschen sein, also die werden's alle umbringen Du vergisst, dass du mit mir spielst gerade, ne? Was? Du vergisst glaube ich gerade, dass du mit mir spielst Carsten, ich glaub der war eigentlich weiter links Wir waren nämlich noch weiter hinter dem Berg Ja Halt's ja mal die Augen aus, schau nach äh blauen Ne, das sind nicht so blaue Küsten Carsten Ne, blau ist ein Rauch, oder? Weil ich nicht rausbekenn's möchte Weiter links glaub ich Ja, ich dachte eher bei dem Berg Ja, ich dachte eher bei dem Berg Ist ja hinter dem Berg Soviel zum Thema, wir wissen noch wo der Drop ist Rechts jetzt Sicher? Ja, fahren wir hier durchs Dorf, vielleicht ist es auch hier Ne, kann man das auch Ich dachte man kann das Poliziarum zu fahren Also ich glaub weiter rechts Weil hier ist außerhalb der Zone Ist schon noch in der Zone, ne? Naja, die rechts halt, meine rechts Wollen wir uns hier so in der Zone halten? Jetzt können wir ja gleich kurz zu dem Berg fahren Ja, ich krieg da mal Hugo Royce weg gerade Ich dachte auch, dass wir eh auf dem Berg da oben gewesen Ja, ja, dann lass mal kurz zum Berg Halt's ja mal trotzdem die Augen aus, schau Vielleicht ist das hier doch irgendwo gelandet Halt's mal die Augen aus, schau Die Augen aus, schau Jetzt haben wir so eine Zeit noch wieder so Oh boy Oh lol, damit hab ich jetzt nicht gerechnet Das Riesenlattel Wir fahren gleich einfach in so 20 Leute rein, glaub ich Ja, eigentlich müssen wir auch mal Schüsse hören, ne? Ja Oh man, ich hab mich voll erschrocken Weil das jedes Mal so klingt, als ob Tatsächlich Neben einer uns schießt Wir machen einfach einen Roadtrip und gewinnen damit Leute, ich stell mal in der Zone Super, vielleicht könnten wir es dann Ja, aber auch in nix Hä? Wie ging das? Es muss hinter uns sein Ich meine, ich hab das irgendwie so links vom Berg gesehen Aber du meinst einfach Hä? Was ist das? Man kann die eigentlich nicht Da rein? Man kann die nicht nicht sehen Erstmal ein paar Cold Ones Erstmal rührt im Getriebe rum Ne, jetzt sprüren es auch gleich alle, ne? Ich glaub, vorher ist das Getriebe kaputt Ja, es macht keinen Sinn hier rum zu fahren irgendwie War das ein Bait Es ist halt aber lost, wenn wir den nicht bekommen Weil direkt jemand hat den, dann sind wir safe tot Müssen gleich mal Auto weg Fangen wir denn jetzt hin? Fangen wir jetzt wieder außerhalb der Zone oder was? Ich glaube in die Zone rein Erstmal kurz zusammen Erstmal kurz zusammen Vielleicht noch ein Auto kurz gucken Da vorne ist ein Ferberbombo-Auto Rechts Rechts Oh nein Oh nein Oh nein Nicht das schon Wir sind wieder so ne Runde Wollt ihr euch hinten draus setzen? Ja Ok, Chris fährt Oh Gott, wo muss ich denn hin? Nein, du kannst STRG 3 oder STRG 4 Ja, wo muss ich hin? In die Zone Lass uns letztlich nach hinten Ok Hi Hi Und Herzlich Willkommen Zu einem alten Episode Lass uns schallt Nein, Chris schallt doch mal runter bitte Weiß ich wie doch die Ich fahr jetzt hier auf der Straße in die Zone rein Passt das? Ja, fahr mal Ja, ich hab mal Ja, ich hab mal Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Nein, 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 nein Alter, die Zone, die Zone Was machst du? Bezahlt In die Zone zu fahren Ich habe gerade Ich habe gerade Genau hier Spieler gesehen Gerade Waren zwar harnlos Aber wenn da Spieler wirklich gelesen wären Wäre lustig Du hast gerade gesagt Du hast harnlos? Komm lass mal auf den Berg Das ist so strong Das ist so cool Geh auf den Berg Ich hab's markiert links ein bisschen Einfach zu zweifahren 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 Werden der Drops hier echt noch irgendwo am rumliegen? Keiner raffst einfach Ja Hier ist alle bereit für einen Jump Ja, Drops, Drop, 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 Drop Ja, hier ist er LOL Chris, du bist der King Oh nein, das Auto los Das Auto fährt los Das Auto fährt los Ich hab' den Bass Hey, hier, ich hab' actually nix genommen Das Auto fährt weg Jetzt komm mal hier Oh 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 Blendgranate ist irgendwie mega strong In letzter Zeit Mk14 mitnehmen Jetzt komm mal hier liegt ne Big Baba 15 am Visier mal wieder rein da Das hier liegt ne Big Baba Mini für dich Mit Scheinem schon und so Scheinem hab ich schon Helm Stufe 3, tag ich noch ein Diese Z-Granate Oh, Rucksack Stufe 3 Muss halt einfach sein Erweitertes Schnellzugriff-Magazin Muss halt auch immer sein Man kennt das Oh, Medi-Kit vielleicht so Aber ich check's nicht Warum sind's hier keine Gegners? Weil die das auch nicht gesehen haben Du dummer Du dummer Einfach der beste Autofahrer Braucht jemand ein paar Dings? Medi-Kits? Äh, das ist noch so ein Drop Da vorne Da in der Richtung Ich hab hier 5 Medi-Kit gekauft Was ist ne BZ-Granate? Ja hab ich auch gerade gekauft Diese blaue Zone Diese blaue Zone war das doch Uh, strong Pack ein Rein da Ich hab hier noch ne Adrenalinspritze Falls einer will Ne Ja, dann nehm ich die Rein da Kann nichts mehr einpacken Braucht mal wer Schmerz mit Hat jemand auch ne Stufe 3 Weste irgendwo gesehen? Das ist der andere Drop eigentlich Äh, in der Richtung Da willst du da echt hin Ich Seh nur noch 12 Leute Ja komm, dann hier lang Dann hier lang Oh, Andy Warne denn Fußleutig? Ach, das wird ja in der Zone sein Da wird geschossen Von der Zones Auf 75 waren die Schüsse Jan, du bist ganz wo anders als wir gerade Jan, du läufst bald Ja, ich mach dir gerade weg Ja, wir laufen doch zum Drop Jan, jetzt nicht den machen Ich bin doch mega gut Ja, dann lass mal zusammen Mit Jan Auf die Spieler Wir umrunden die Wir kommen von außen Oh nein Ich bin so dumm Habt ihr den Scope überall zufällig? Äh, ja, aber Ich hab den Schreiber auch mit dem Scope Hä? Da waren doch so Scopes mit dabei Da läuft einer, da läuft einer Da läuft einer Scope ist zu nah Ich hab ihn Die sind aber noch nicht tot, ne? Hier ist noch mehr Ja Äh, unten, unten, unten Und am Berg Wo? Hier Ich ziele Da Hilfe Wie siehst du denn? Da unten Ich hab's markiert Ah, da, ok Mein Scope ist viel zu nah Ich seh, mein Scope ist viel zu krass Was hat er gedockt? Hier ist noch ein Team Der Typ am Stein ist immer noch Nicht down, ne? Jetzt ist das Team down Der Typ am Berg Am Stein Was ist mit dem? Chris? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich seh, ich weiß nicht, welchen Stein du meinst Der ist immer noch da Hey, ich hab das markiert Doch, guck immer da hin Von rechts kommt noch ein Team übrigens Leute Ja, ich werf ne Granate hin Werf mal hin Lol, der ist schon down, ok Noch ein Team rechts Noch ein Team Ich bin da Ok, dann nehm ich jetzt wieder das größere Scope Bei den größeren in die Hand Uh, das war ne K Ja, direkt vor mir Komm mal mit Jan, warte Direkt, direkt vor mir Äh, ich komm mal zu euch, ne? Äh, Granate bei mir Ich schieße auf mich Schüsse auf mich Schüsse auf mich Von dem blauen Baum ganz weit weg Hab ihn genockt Irgendwie los sind die denn bitte Mehr Schüsse da unten Auf mich Hey Leute Das ist ein bisschen Um die Zone kommend Hab ihn zweimal gehitzelt Ja, ich weiß jetzt, wo er ist An dem Baum da Karsten Geh du weiter vor Wir schießen weiter Wir ziehen weiter hin Geh mit vor An dem Baum direkt hier vorne, oder? Der wirft ne Smoke und will nach links ausweichen Der will nach links ausweichen Der will nach links ausweichen Ich weiß grad nicht, wo der ist Deswegen Scared Hast du den Smoke schießen? Push Links, du siehst doch die Smokes, oder? Jaja Da? Ja, da ist der Wir müssen auch in die Zone rein Und den Tons hat glaub ich noch einer geschossen Gönnt euch die Mauer Gönnt euch die Mauer Gönnt euch die Mauer Ja, lass erstmal vielleicht reingehen in die Zone Ja, dann könnt ihr immer noch bekämpfen Glückwahl Ich seh ihn Ja, schieß auf ihn Direkt schießen Er ist ausgenommen Auf mich wird geschossen Auf mich wird geschossen Ja, ich komme ab Von wo? Von da wo der Typ war Da wo der Typ war Das heißt, da ist sein Mate Ich habe ihn Sehr gut, sehr gut Das Team ist down Weiter links Oben vom Berg wird auch noch hingeschossen Ja Und so Oh mein Gott, ich bin gleich tot Anderes Team Nicht schießen, bitte Ich muss mich spielen Das ist das letzte Team, ne? Hä? Ne, Moment Schießt das auf euch? Nein Ehhh Yo! Es liegen nur noch 2 Spieler Ich meine ich habe einen gleicht Bin mir aber unsicher Sollen wir Weil neben dir ist keiner Sag mal rechts rum Kann mir kurz ein paar Pillen und einen Energydrink rein finden Endfight Ja eine läuft hier auf offenem Field Schießen schießen Doch lass schießen Ja schießen ich sag doch schießen Loll ich sehe nichts Ich sehe halt nichts Hab ihn Hab ihn nochmal getroffen Der ist hinter dem blicken Stein weg Auf ping Der kann ich nicht Geradeaus Der ist auf meinem ping Hinter dem Stein Da ist ein Stein Aber ist nicht der letzte ne Denk dran Ja der letzte ist über uns links Push vor mit Jan Ne ich guck gerade mal wegen Was ist das? Blauzone Nicht fremd Lost Das ist diese Granate da Wisst ihr wo der letzte ist? Da oben 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 Wo? Wo oben aufm Berg Da Ich sehe nicht Er kommt runter Er kommt runter Ich sehe nicht Irgendwo 175 ungefähr Irgendwo 175 ungefähr Ja ist ihn Hinterm Baum 175 Hallo Nice Wow Erste Runde heute Wie easy Wie easy Das Spiel ist so langweilig Ich glaube ich hab gefühlt keinen gekillt Ich hab 10 kills Ich hab 4 assists Ich hab 10 kills Wo seht ihr das? Ah da Ich hab 6 kills Ja schön Ja schön Nett Ich hab das Ich hab das Ich hab das